Hallo! Das ist das erste Mal, dass es um ein Wort geht, das nicht nur eine Wortart ist, sondern gleich mehrere. Es handelt sich um das deutsche Wort doch. Das Wort doch kann eine Partikel, ein Adverb oder eine Konjunktion sein. Theoretisch auch ein Substantiv, aber das kann jedes Wort sein, weil man jedes Wort substantivieren kann. In diesem Video beziehe ich mich natürlich nur auf die drei anderen Wortarten. Ich beginne mit der Partikel. Partikeln kann man in viele Unterkategorien einteilen. Doch ist zum Beispiel eine Modalpartikel. Und ich erkläre dir zunächst einmal, was eine Modalpartikel ist. Eine Modalpartikel ist ein Wort, das einem Satz oder einer Aussage einen besonderen emotionalen Touch, eine emotionale Schattierung verleiht. Als Modalpartikel kann doch zum einen Nachdrücklichkeit, Insistence, Nastajatelnast, Unzufriedenheit oder Verwunderung ausdrücken, wie zum Beispiel in den folgenden Sätzen. Pass doch auf, was du machst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dir doch gesagt, dass er Unrecht hat. Ich habe dich gewarnt. Du hättest auf mich hören sollen. Wir waren doch erst vier Jahre alt, als das passiert ist. Wenn ich hier doch sage, dann gehe ich automatisch davon aus, dass mein Gesprächspartner das wissen muss. Ich bin also darüber verwundert, dass er es nicht weiß oder dass er es vergessen hat. Wir waren doch erst vier Jahre alt. Hast du das vergessen? Das kann er doch nicht wissen. Du musst doch wissen, dass er das nicht wissen kann. Das ist doch logisch. Ach, du kennst sie doch. Worüber wunderst du dich? Okay, zum anderen kann das Wort doch, immer noch als Modalpartikel, einen Imperativ abschwächen. Ein Imperativ ist ein Befehl, eine Aufforderung. In Verbindung mit doch klingt der Satz dann aber nicht mehr wie ein Befehl, sondern eher wie ein Vorschlag. Zum Beispiel, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann entschuldige dich doch bei ihm. Die Variante entschuldige dich bei ihm klingt hier also ein bisschen expressiver als die Variante entschuldige dich doch bei ihm. Das klingt einfach entspannter und impliziert hier. Es ist im Prinzip ganz einfach oder logisch. Wenn du dich bei ihm entschuldigst, wirst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also nochmal, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann entschuldige dich doch bei ihm. Ganz einfach. Ach, macht doch, was ihr wollt. Das ist eindeutig ironisch gemeint und wird benutzt, wenn man beleidigt ist, offended, abisonally. Ich würde sogar sagen, dass das Wort doch in dieser Bedeutung öfter ironisch als ernst verwendet wird. Und deshalb gebe ich dir noch ein ironisches Beispiel. Schlag mich doch, wenn du dich traust. Also schlag mich zum Beispiel ins Gesicht, wenn du den Mut dazu hast. Wenn du kein Feigling bist. Wenn ich das jemandem sage, dann bin ich mir sicher, dass es derjenige sowieso nicht machen wird. Deshalb ist es ironisch. Das Wort doch, immer noch als Modalpartikel, kann außerdem als Ausdruck von Unsicherheit und Hoffnung auf eine positive Antwort gebraucht werden. Logischerweise in Bestätigungsfragen. Wenn du nicht weißt, was eine Bestätigungsfrage ist, hier ein Beispiel. Ihr kommt doch heute Abend. Das ist dasselbe wie, wenn ich sagen würde, ihr kommt heute Abend, nicht wahr? Also wenn ich sage, ihr kommt doch heute Abend, dann hoffe ich auf eine Bestätigung. Und noch ein Beispiel. Du hilfst mir doch bei meiner Arbeit. Oder nicht? So, das war's zur Modalpartikel. Ich mache jetzt weiter mit dem Adverb doch. Es gibt drei Bedeutungen. Als Adverb hat das Wort zum einen die Bedeutung von dennoch oder trotzdem. Nevertheless, все таки, все же. Ein paar Beispiele. Wir antworteten höflich und doch bestimmt. Sie hatte es ihm versprochen und hat ihr Versprechen doch nicht gehalten. Er ist so nah und doch so fern. Dieser Satz bedeutet inhaltlich, dass jemand zwar von der geografischen Entfernung her sehr nah ist, aber man aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit hat, diesen jemanden zu sehen. Er ist so nah und doch so fern. Als Adverb kann das Wort doch außerdem eine Vermutung bestätigen oder auf einen Sachverhalt hinweisen, den der Sprecher vorher für unwahrscheinlich gehalten hat. Übrigens, in diesem Fall wird das Wort doch sehr stark betont, akzentuiert. Beispiele Man kann sich also doch auf sie verlassen. Ich dachte früher immer, dass man sich auf sie nicht verlassen kann. Jetzt habe ich meine Meinung geändert. Man kann sich doch auf sie verlassen. Doch ist stark betont. Noch ein Beispiel Ich glaube, ich gehe heute doch nicht mehr zum Supermarkt. Es ist sowieso schon zu spät und ich habe keine Lust mehr. Maria will jetzt doch studieren. Sie hatte früher nie geplant, zur Uni zu gehen, hat es sich aber anders überlegt. Jetzt will sie studieren. Okay, der Film war doch nicht so lustig, wie wir gedacht hatten. Also doch. Ich hatte also recht. Okay, wir sind immer noch beim Adverb. Eine Bedeutung beziehungsweise eine Funktion habe ich noch. Du weißt doch bestimmt, wie man auf eine Entscheidungsfrage antworten kann. Also zum Beispiel Hast du heute Zeit? Diese Frage kannst du im Falle einer Bestätigung mit Ja und im Falle einer Verneinung mit Nein beantworten. Eine Entscheidungsfrage ist also im Normalfall eine Ja-Nein-Frage. Und jetzt hör genau zu. Wenn eine Ja-Nein-Frage eine Negation beinhaltet, dann müssen wir aufpassen, denn hier gibt es zwei andere Antwortmöglichkeiten, je nachdem, ob wir bestätigen oder verneinen. Also zum Beispiel Warum willst du nicht kommen? Hast du heute keine Zeit? So, das ist die Frage. Wie du siehst, beinhaltet diese Frage eine Negation. Im Falle einer Bestätigung, also wenn man bestätigen will, dass man keine Zeit hat, dann antwortet man genau umgekehrt Nein, ich habe keine Zeit. Wenn man diese Frage aber verneinen will, also wenn man sagen will, dass man Zeit hat, dann antwortet man doch, ich habe heute Zeit. Was redest du da? Ich habe Zeit. Natürlich komme ich. Ich wiederhole die Regel. Auf Entscheidungsfragen beziehungsweise Ja-Nein-Fragen ohne Negation antwortet man im Falle einer Bestätigung mit Ja und im Falle einer Verneinung mit Nein. Zum Beispiel Hast du heute Zeit? Ja, ich habe heute Zeit. Oder Nein, ich habe heute keine Zeit. Auf Entscheidungsfragen mit Negation antwortet man im Falle einer Bestätigung mit Nein und im Falle einer Verneinung mit doch. Zum Beispiel Hast du heute keine Zeit? Nein, ich habe heute keine Zeit. Oder doch, ich habe Zeit. Ich hoffe, diese Regel ist klar. Noch ein Beispiel. Ist keiner zu Hause? Doch, natürlich! Es ist jemand zu Hause. Man kann natürlich auch auf einen Satz reagieren, der keine Frage ist, der aber auch eine Negation beinhaltet. Zum Beispiel Das stimmt nicht. Äh, doch, das stimmt. Und noch zwei Beispiele. Du willst scheinbar nicht. Doch, 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 ich will. Nein, Mama, ich werde mein Zimmer heute nicht aufräumen. Oh, doch, das wirst du. Nochmal zum Schluss. Man bestätigt mit dem Adverb doch eine Aussage, aber nur dann, wenn diese Aussage eine Negation beinhaltet. Das ist die Bedingung. Sie muss eine Negation haben. Okay, jetzt komme ich zum letzten Teil dieses Videos. Und zwar zur Konjunktion doch. und als Konjunktion hat das Wort glücklicherweise nur eine Bedeutung. Es ist ein Synonym für aber. Ganz einfach. Wir haben ihn eingeladen, doch er wollte nicht kommen. Ich kann auch sagen, wir haben ihn eingeladen, aber er wollte nicht kommen. Ich habe an die Tür geklopft, doch niemand hat mir geöffnet. Oder ich habe an die Tür geklopft, aber niemand hat mir geöffnet. Es war nicht leicht, doch ich habe mich endgültig entschieden. So, ich bin jetzt mit allen Erklärungen durch. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen Satz zeigen. Dieser Satz hat je nach Wortbetonung und Intonation verschiedene Bedeutungen. Zum einen kann ich sagen, ich gehe doch noch nicht ins Bett. Zum anderen kann ich sagen, ich gehe doch noch nicht ins Bett. Und jetzt kommt die Analyse. In der ersten Variante, ich gehe doch noch nicht ins Bett, ist doch nicht betont. Es handelt sich um eine Partikel, die hier Nachdrücklichkeit ausdrückt. Das heißt, hast du überhaupt auf die Uhr geguckt? Es ist doch logisch, dass ich um diese Zeit noch nicht ins Bett gehe. Ich bin doch kein Kind mehr. Das musst du doch wissen. Und in der zweiten Variante ich gehe doch noch nicht ins Bett ist doch stark betont und ist ein Adverb, das darauf hinweist, dass das Gesagte vorher als unwahrscheinlich galt. Das heißt, ich habe eigentlich geplant, jetzt um diese Zeit ins Bett zu gehen, aber jetzt ist doch noch etwas dazwischen gekommen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich gehe doch nicht ins Bett. Oder doch noch nicht ins Bett. Natürlich gehe ich irgendwann ins Bett, aber nicht jetzt, wie ich es geplant habe. Das war es auch schon für dieses Mal. Ich hoffe, ich konnte dir wieder etwas Neues beibringen. Wenn du noch nicht für das nächste Thema abgestimmt hast, bitte ich dich, dies zu tun. Im Abschnitt Community Saob auf diesem Kanal findest du eine Umfrage und anhand dieser Umfrage entscheide ich, in welcher Reihenfolge welche Themen veröffentlicht werden. Alles schön demokratisch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!